Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, heute zurück zu einem weiteren FIFA 20 Ultimate Team Training Tipp. Ich werde euch heute näher bringen, wie ihr wieder viele Coins machen könnt. Heute wieder an einen Zuschauer, das Budget gerichtet. Und zwar habe ich das hier direkt vor mir. Das ist von gutem Lai Sito, der schreibt 60.000 Coins als Budget. Ich hoffe, ich kann dir hier mit diesem Training Tipp helfen. Wenn du natürlich jetzt auch wieder als nächstes drankommen möchtest, fürs nächste Video mit deinem Budget, schreib auch jetzt wieder gerne rein in den Kommentarbereich dein Budget. Eventuell bist du ja der nächste Glückliche, der rankommt in deinem nächsten Video. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Let's go! Ach und was ich natürlich vergessen habe, gerne hier alle einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich riesig freuen, wenn wir hier die 50 likes knacken würden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die letzten Tage, für den Support allgemein. Freut mich sehr, sehr zu sehen, wie die ganzen Trade Tipps bei euch ankommen. Und dann würde ich sagen, let's go! Lass uns rein starten, ja! So, und zwar haben wir heute einen neuen Sniping-Filter, den man mit diesem Budget wirklich sehr, sehr gut ausüben kann. Und zwar haben wir hier als Qualität einmal Gold, was du einstellen musst. Dann hier auf Position rechter Verteidiger. Bei der Liga haben wir Privileg mit dabei. Und dann gehst du hier auf maximal SK-Preis 700 Coins. Und dann siehst du hier, dass es hier, ja, nicht wirklich viele Leute gibt. Das heißt, du gehst hier auf einen Filterpreis von 500 und hier natürlich dann hoch auf, ich sag mal, 10 Millionen. Und dann erst snipest du dir die Spieler. CDB leider nicht bekommen. Da muss man natürlich schneller Zeit und am besten das über die Web-App machen. Ja, damit kann man wirklich sehr, sehr viel Coins machen. Wir gucken kurz mal nach. CDB 500 Coins. Wäre der jetzt drauf gewesen? Ihr habt es direkt gesehen. Gutes Beispiel. So, und zwar habe ich mir das Ganze mal hier rausgesucht. Es wäre aktuell 800 Coins. Den kriegst du also wirklich für diesen Preis weg. Und wenn man das wirklich in Massen macht, dann macht man damit extrem viel Profit. Also, das wirklich ein Train-Tipp, der dir hoffentlich an dieser Stelle weiterhilft. Und vielleicht auch anderen mit ungefähr diesem Budget. Und ja, das wäre es gewesen mit diesem Train-Tipp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, gerne Daumen nach oben. Jungs, ich bin raus, haut rein. Bis zum nächsten Video. Lass es nacken und ciao.